Hallo und herzlich willkommen bei musicstore.tv. Mein Name ist Sebastian und heute präsentiere ich euch den LED-Drop aus dem Hause Lightmax. Der LED-Drop von Lightmax ist ein professioneller Matrix-Display-Effekt, welcher mit seinem Pixelabstand von 18 cm viele erstaunliche Effekte erzeugen kann. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich der Vorhang sowie die Ansteuerungseinheit als auch die Kabelbinder sowie die praktische Tragetasche für den Transport. Die Steuereinheit ist das Herzstück des LED-Drops. Hier kann ich zwischen verschiedenen Betriebsmodi wählen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, das Gerät über DMX anzusteuern. Hierzu werden acht Kanäle benötigt. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, verschiedene Automatikprogramme oder Sound-to-Light-Funktionen über das Display und die dazugehörigen Schalter anzuwählen. Erhältlich ist der LED-Backdrop in drei verschiedenen Größen. Wir haben einmal den 1x2 Meter großen Vorhang, einen 2x3 Meter großen Vorhang sowie die große Variante mit 3x6 Metern. Dadurch, dass der Vorhang nach den aktuellen DIN-Normen hergestellt worden ist, darf ich ihn ohne Einschränkung auf öffentlichen Veranstaltungen und Events einsetzen. Ob als Backdrop hinter einem Künstler oder einer Band oder einfach als dekoratives Element, der Lightmax LED-Drop besticht durch seine Vielseitigkeit. Die über 30 eingebauten Matrix-Programme schauen wir uns jetzt am besten live in unserer Halle an. Die über 30 eingebauten Matrix-Programme. Die über 30 eingebauten Matrix-Programme. Wenn Sie Ihr Interesse geweckt haben oder Sie generell noch Anregungen zu unseren Produkten haben oder einfach nur in unserem Shop stöbern möchten, besuchen Sie doch einfach unsere Internetseite www.musicstore.de oder besuchen Sie uns hier in Köln-Kalk in der Lichtabteilung.